Heute sind die Reste der Berliner Mauer eine Sehenswürdigkeit für Touristen. Aber vor 30 Jahren setzte ein junges Paar alles aufs Spiel, um von Ost nach West-Berlin zu fliehen. Winfried fühlt sich in der DDR eingesperrt. Der Ingenieur fasst einen aberwitzigen Plan. Mit einem selbstgebauten Ballon über die Mauer fliehen. März 1989. Nach Monaten der Vorbereitung ist es soweit. In einer Reglerstation füllen Winfried und seine Frau Sabine ihren Ballon mit Gas. Doch ein Mann beobachtet sie und ruft die Polizei. Die Polizisten sehen einen Ballon, der schon ganz stark nach Westen strebt und auch flugbereit ist. Sie sehen keine Menschen, aber sie ahnen schon, was da vor sich geht. Sie haben Schusswaffen dabei, aber sie kommen nicht drauf, die zu gebrauchen, weil es eben stark nach Gas riecht, wie sie später angegeben haben. Und sie Angst hatten, dass ihnen hier das ganze Haus um die Ohren fliegt. Der Ballon ist noch nicht ganz voll. In ihrem Buch über die Flucht schildert Caroline Labusch diesen dramatischen Moment. Genau, die müssen innerhalb von 30 Sekunden entscheiden, was sie machen. Und sie entscheiden, dass er losfliegt und sie zurückbleibt. Sie hat sich im Gebüsch versteckt und sah ihn noch wegfliegen. Nach diesem überstürzten Start ist Winfried den Winden ausgeliefert. Steuern kann er den Ballon nicht. Er sitzt auf einem abgeschnittenen Stück Besenstiel und schwebt über Berlin. Fünf Stunden lang. Teilweise steigt er auf 5000 Meter Höhe. Es herrschen eisige Temperaturen bis zu minus 20 Grad. Sein Flug endet in Berlin-Zehlendorf. Also der war total ausgekühlt und er muss halt fix und fertig gewesen sein, psychisch als auch körperlich. Und wir haben eigentlich versucht zu errechnen, wie dieser Flug wirklich verlaufen sein könnte und kam zu dem Ergebnis, dass er wahrscheinlich einfach runtergefallen ist aus Kraftlosigkeit, weil er sich nicht mehr festhalten konnte. Und am Nachmittag fand man dann eben die Leiche hier in einem der Gärten, die hier an den See grenzen. Winfrieds Körper ist zerschmettert. Er ist der letzte Mauertote. Wenn alles geklappt hätte und wenn alles nach Klaren gegangen wäre, worauf hatte Winfried gehofft? Ich denke schon, dass Winfried darauf gehofft hat, dass er die Geschichte dann an die Presse verkaufen kann. Und zwar als romantische Ballonflucht eines Liebespaars. Die tragische Ballonflucht macht in Westdeutschland Schlagzeilen. In Ostberlin ist Winfrieds Frau Sabine in Haft und wird von der Stasi verhört. Immer wieder. Nach mehreren Wochen kommt sie frei, wird aber weiter überwacht. Nur wenige Monate später. Der Fall der Berliner Mauer. Am 9. November 1989 versammeln sich tausende Menschen am Grenzübergang an der Bornholmer Straße. Das Unerwartete geschieht. Sie dürfen rüber. Sabine steht unter Schock. Sie wird erst mehrere Wochen später über diese Brücke in den Westen gehen. Haben Sie in dem Moment auch an Winfried gedacht? Ja, ich habe die ganze Zeit an ihn gedacht. Das war ja das, was mich abgehalten hat, da rüber zu gehen, weil er war halt tot seit März. Jetzt hatten wir gerade im November und er war deshalb tot, weil die Mauer zu war. Und ich meine, er hätte ja noch, wenn wir ein paar Monate gewartet hätten, würde er noch leben. Und das war für mich so traurig, so furchtbar, unbegreiflich. Was wäre, wenn er hier wäre und das sehen würde und sehen könnte und er kann es jetzt gar nicht mehr sehen. Und Trauer. Nur Trauer. Ja. 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 Ja.